Gute Messe Alltag hier mit wieder so eine kleine Ankündigung für Mittwoch 14 Uhr. Da wird ein Video veröffentlicht. Palmolive. Ich war im Supermarkt einkaufen im Penny. Nur empfehlenswert. Ich hab das gerochen. Es riecht so megamäßig geil. Aktuell, wie gesagt, im Penny, mein Angebot. Kauft euch das. Es gibt nicht nur das mit Chocolate Passion. Nein, es gibt auch Strawberry, also Erdbeere. Aber hier hab ich noch weitere. Mint Shake und Vanilla Pleasure. Die weißt du nicht, wie sie riechen. Aber Strawberry und Chocolate weiß wie sie riechen. Und sie riechen auch stark. Also so vom Riechen. Ich weiß nicht, wie es riecht, wenn du so eingecremt bist und dann abgeduscht. Aber ich weiß, dass Palmolive generell gut riecht. Egal ob die Creme, also dieses Shampoo. Richtig mega geil. Riecht auch stark. Also auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man mal zur Liebsten geht oder so. Gerade Erdbeere. Ob ihr einen Produkttest seht oder nur ein Reaktionsvideo. Lasst euch mal mit überraschen. Vielleicht seht ihr ganz viel nackte Haut. Wer weiß. Aber das erfahrt ihr Mittwoch auf 14 Uhr. Seid gespannt. Bis dahin und ciao, ciao.